Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und ja, es ist mal wieder der Reitunterricht und ich will gar nicht so lange quatschen und let's go! Reitunterricht. Oh hey Alexandra, müsste heute nicht eigentlich Marion unterrichten? Ja, aber die ist leider krank. Sie hat irgendwas mit dem Ohr. Oh, wenn du sie siehst, sag ihr alles, ja, sag ihr gute Besserung von mir. Okay, oh ja, ich hab Maggie. Samantha hat wirklich Oasis? Ja, hat sie. Da wird sie sich ja freuen. Ich geh Maggie fertig machen. Hey Alexandra, ich wollte dir sagen, dass ich Ruby heute nicht nehmen kann, sondern Laura hat mir gestern gesagt, dass ich Starlight nehmen soll. Okay, dann nimm sie. Ja. Hey, da sind wir. Och nö, Oasis. Oh ja, ich hab Sunny. Wir gehen unsere Pferde mal holen. Mach das, wir treffen uns auf dem kleinen Platz. Okay. So, alles ist gut. Eins, zwei, drei. Los geht's. Komm, wir sind auch fertig. So, nochmal nachgurten und hopp. So. Komm, Oasis. Was machen wir heute eigentlich? Naja, lass mich mal überraschen. Los Sunny, wir sind die Letzten. Gut, da seid ihr ja alle. Da die Halle, also da unsere Dressur-Eck oder unsere, ja, da der Platz halt, wo wir Dressur machen, zu klein ist, wird immer nur einer reiten können. Ähm, Caroline fängt an. Gut, reitet sie erstmal warm. Komm, Sunny. Ähm, Alexandra. Ja. Wurde der Platz abgezogen oder so? Ja, wurde er. Hab mich schon gewundert, weil hier keine Hufspuren drin sind. Gut, dann trab mal an. Einmal auf den Zirkel. Und von A nach C. Auch wenn wir hier noch keine Buchstaben haben. Gut. Gut, jetzt einmal back up. Back up. Fein, Sunny. Gut, nochmal nach vorne. Genau. Und jetzt vier Schritte back up. Eins. Zwei. Drei. Vier. Gut, und gleich mit Trab weiter. Sollen wir auch mal seitwärts gehen? Ja, kannst du ruhig machen. Gut, maus. Fein. So, habt ihr euch schon aus- und aufgewähnt? Ja, haben wir. Dann darfst du gleich traben. Einmal auf den Zirkel, bitte. Stopp nochmal zurück. Hä, was war denn? Wenn, also schau. Wenn du auf dem Zirkel bist und der Reitlehrer nichts sagt, dann musst du trotzdem weiter Zirkel reiten. Okay. Einmal angaloppieren. Die ganze Bahn, genau. Treib sie schön. Treib die Maggie schön. Und wieder durchparieren. Genau. Dann ist Raschel die nächste. Du hast dich auch schon aufgewärmt? Ja, klar, hab ich. Geh mal bitte kurz über die Stange. Ich möchte sehen, wie sie das macht. Genau. Erstmal einmal außenrum. Genau. Gut gemacht. Und nochmal. Jetzt bitte... Ach ja, nur noch Samantha haben wir. So, mit Oasis bitte einmal dann über die Stange. Gut. Na, da hast du aber berührt. Ermeckte antragen. Zirkel. Und von A nach C. Genau. Gut. Dann einmal wieder angaloppieren. Wieder durchparieren. Einmal an Hand wechseln. Und nochmal angaloppieren. Moment, das ist aber die falsche Hand. Mach jetzt einfach ein... Ja, genau. Auf den anderen Zirkel wechseln. Und bei... Und bei... Ja, genau. Wieder durchparieren. Genau. Für Oasis machen wir einen kleinen Sprung. Da ich wissen möchte, wie sie so springt. Genau, treib sie. Gut. Nochmal hier rum. Gut gemacht. Nacht. Nochmal. Noch einmal. Gut. So, genau. Wir reiten jetzt nochmal kurz in der Abteilung. Komm, Oasis. Mit Maggie nicht schlafen. Schön weiter reiten. Genau. Mit Sunny... Genau. Mit Sunny jetzt noch einmal antragen. Genau. Und durchparieren. Gut. Weiter da vorne mit Starlight. Genau. So ist es gut. Langsamer mit Oasis. Sonst gibt es da gerade einen riesen Crash. Backup. Genau. Bitte jetzt mal alle aufstellen. Genau. Ähm, Samantha, du musst nur ein bisschen zur Seite rücken. Sonst passen, ähm, Caroline und Anne da nicht mehr mit rein. Sunny, Sunny, bleib stehen. Genau. Das habt ihr alle sehr gut gemacht. Dann könnt ihr eure Pferde absatteln und so weiter. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Ja, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und bis zum nächsten Mal.